Kunden stellen sich den Kunden vor, heißt es drei Tage lang beim Großhandelsmarkt Fegro in Wiefelstädte. Informieren, testen und probieren steht auf dem Programm der Netzwerkmesse, die bereits zum zweiten Mal stattfindet. Fegro-Geschäftsleiter Carlo Rathmann erklärt, welche Idee dahinter steckt. Bei der Fegro heute hier in Wiefelstädte haben wir unsere zweite Netzwerkmesse. Zweite, aus dem Grunde, wir sind letztes Jahr angefangen mit einer Idee heraus, dass viele Kunden, gerade aus dem Bereich der Gastronomie und dem Handel, uns gefragt haben, Mensch, ich brauche da mal Unterstützung, Hilfe, kennt jeder jemanden, der das und das macht? Dann gibt es natürlich immer zwei Möglichkeiten, entweder sagt man gelbe Seiten oder man bildet eine Netzwerkmesse, eine Plattform, in der man die einen Kunden mit den anderen Kunden zusammenbringt. So, wir haben das große Glück, dass wir im Grunde genommen drei große Kundengruppen haben. Zum einen die Gastronomie, zum zweiten den Handel und zum dritten eben halt den großen Bereich, was eine sehr große Kundengruppe ist, der Dienstleister und Handwerker. So, und dann kam die Idee auch von uns, dass wir gesagt haben, wir bringen einfach die einen mit den anderen zusammen. Und das unter dem Aspekt der Regionalität, dass man sagt, für die Region, aus der Region, für die Region, um über dem Wege hier eine Plattform zu schaffen, wo man sich gegenseitig untereinander helfen kann, unterstützen kann und auch geschäftliche Kontakte knüpfen kann. Das ist daraus entstanden. Wir haben heute unsere zweite Netzwerkmesse. Heute haben wir über dem Wege 37 Teilnehmer, Firmen, die sich hier präsentieren, durch die verschiedensten Branchenbereiche, ob von Autohäuser über Arbeitsschutz, über Photovoltaik, Energieberatung, Drucktechnik, Netzwerktechnik, EDV-Beratung, bis hin zur Zauntechnik, der Zaunbau ist alles vorhanden, ein sehr interessantes, breites Spektrum und haben nebenbei dementsprechend regionale Lieferanten, die ihre Verköstigung anbieten. Wir haben eine örtliche Größe gefunden, die dementsprechend hier für uns heute und morgen Showgucken betreibt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Fego Großhandelsmarkt. Und in dieser kleinen Probierküche machen wir heute für Sie Schweinefilet mit einem frisch gemachten Pesto und außerdem da hinten frische Rösti, die man hier im Hause kaufen kann natürlich, mit Rauchmattjes und ein bisschen Creme Fraiche mit Dill angemacht. Wir wünschen allen guten Appetit. Und auch Schlachtermeister Udo Niewert stellt sein Konzept vor. Ja, erstmal der Service, die ist bei uns natürlich ganz groß geschrieben. Fleischerei, wir machen auf Kundenwunsch alles, was zu machen ist, was in den Fleischbereichen zu machen. Und was die Köche auch brauchen vor allen Dingen, wie Schnitzel schneiden, auf Kram, ziemlich krammgenau, gehacktes, Steaks, was man so braucht in der Gastronomie. Natürlich auch für Privatkuchen. Heute gibt es Grünkohl von der Firma Barsch, wird verkostet, Pinkel, Kochwurst und Grünkohl, was hier natürlich im Markt zu bekommen ist, jetzt wo die Grünkohl-Saison anfängt. Und natürlich Aufschnittware. Zum Rahmenprogramm am heutigen Sonntag gehören unter anderem Paule Witzig und die Einradshowgruppe des BTBs. Und auch heute heißt es noch von 11 bis 17 Uhr, Kontakte knüpfen, Leistungen darstellen und miteinander ins Gespräch kommen. Untertitelung des ZDF, 2020